willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier einen platzierbaren feuerwehrmann vorstellen der kostet 10 euro 0 euro unterhalt und ist leider auch nicht zu mieten hier sieht er hängt ein bisschen in der luft dass die höhe stimmt da nicht so ganz finde ich aber sehr nett gemacht wenn man so schaut mit der axt und alles von den sauerstoffgerät ein helm auf das sieht echt wirklich toll aus ist aber was anderes für die leute was jetzt das nicht einbauen können die können sich das jetzt hier platzieren und hier sieht man hier von der wache 175 kommen jetzt dran nein wache 175 ja steht hier oben drauf sowas oder wie das heißen soll ja sehr toll gemacht ja wenn euch das video gefallen hat dort wieder rein würde ich mich natürlich freundlich überzeichen servus grüß euch euer franz